Er hat mal gesagt, ja genau, das vergesse ich nicht. Isolde Barth ist kamikazeartig in mein Leben eingedrungen. Er war ein Magier, er war ein Zauberer. Er musste einem gar nichts sagen, er wollte einem auch gar nichts sagen. Ich weiß noch, bei den letzten Filmen, also bei Lola oder bei Querell, habe ich den dann gefragt, ja, wie soll ich das denn spielen? Da hat er gesagt, ach, frag mich doch nicht so blöd, du weißt doch sowieso. Oder frag doch nicht so blöd, du hast doch bei mir genug gelernt schon. Cannes steht da irgendwie über dem Thema Fassbinder bei mir, merkwürdigerweise. Das hier war im Jahr 80, war das 80? 79? Ja, 80. Wir begegneten uns in einer Bar und zufällig, und er kam auf mich zu. Und erst fielen wir uns um den Hals, dann schrieben wir uns an, dann fielen wir uns wieder um den Hals und so intensiv war diese Versöhnung. Dann als Besiegelung der Versöhnung wurde mir dann sein Auto anvertraut, Ende kann. Er flog nach New York und ich hatte dann den Auftrag, sein Auto mitsamt Udo Kier nach München zu bringen, weil Udo nicht Auto fahren konnte, der hatte einen Finger, der in Gips war. Und ja, das war seine Art von, durch Aufträge dann wieder Leute, also sich zu versöhnen, sich zu entschuldigen. Nach dem letzten Cannenjahr, kurz vor seinem Tod, musste ich mit ihm, also er suchte mich im Cannen, ich sollte mit ihm im Auto zurückfahren, und also mit ihm heiß, mit Harry und ihm im Dreisitzer. Wir übernachteten in Venedig und am nächsten Morgen war ich in einem Schuhgeschäft, wollte mir Schuhe kaufen. Und nahm da so ein paar bequeme Schuhchen da aus dem Regal, probierte die. In dem Moment kam er mit Harry zur Tür rein, sah mich diese Schuhe anprobieren. Meine alten Schuhe standen nebendran, die alten Schuhe steckten ja in den Papierkorb. Mit einem Blick und einem Griff hatte er silberne, hochhackige Schuhe aus dem Regal, Riemchenschuhe, und die musste ich anziehen, die passten zufälligerweise auch, und die musste ich anbehalten. Ich konnte nicht laufen drauf. Bei einer Pause dann auf dem Brenner musste ich gehen, üben, mit dem richtigen Hüftschwung. Damals war er in Deutschland noch nicht so beliebt und anerkannt. Das ist jetzt erst gekommen. In Ausland war er wirklich der, also einer der wichtigsten Regisseure überhaupt. Das hat er sich hier noch nicht so ganz rumgesprochen. Er war einer der fürsorglichsten, auch Männer, Menschen, Männer, die ich hier kennengelernt habe. Das klingt ein bisschen absurd für Leute, die ihn nicht kannten, aber er hat zum Beispiel in der Zeit, in der wir zu stritten waren, das waren eineinhalb Jahre, hat er sich so für mich interessiert, er wusste alles, alles, das hat sich dann später herausgestellt. Jeden Schritt, jede Rolle, alles hat er von Freunden sich sagen lassen. Oder wenn zum Beispiel, wenn man Wein getrunken hat, er hat mir das Glas weggenommen, wenn er das Gefühl hatte, jetzt hast du aber genug gehabt. Er sagte auch, Isolde, du hast jetzt genug gehabt, jetzt hör auf zu trinken. Oder wenn er seine Sonnenbrille herunternahm. Das waren die wärmsten Augen, die man sich vorstellen kann. Und die hat er dann wieder geschwitzt, hat er wieder versteckt.